oh die denken wir sehen die nicht 3 5 7 ja die kommen jetzt 3 5 7 3 5 7 das sind pidilas handy wir standen an uhr am laden haben nicht gemacht haben gewartet die stellen sich links an die ecke denken wir sehen die nicht auf einmal geben die meinen kollegen kopfschuss hallo 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 Can you help me? I'm under the water. Du bist langsam ein großer Junge. How are you? How are you? Can you help me? I'm under the water. Sorry der Herr, Entschuldigung. Süß. How are you? Dann gib mir bitte Geld. Gib Geld! Hayati, die Frau Hayati. Mach dich ab! Fahr weiter! Fahr weiter! Hälftigen Durchfall. Können Sie mir einmal unter die Arme reifen? Wer hat gefragt? Wer hat gefragt? Aber streck den 10-5 weiter bei deiner Stimme. Ah, geil, Digga. Bruder, das ist silent. Leider, wir werden alle sein. Seien, andere Server werden scheiße. Scheiße, wir werden alles mit zerreißen. Reißen, Bruder, das ist silent. Der Herr vom M.D., bitte entschuldigen Sie diesen... Jochen Schweizer. Kann ich Ihnen helfen? Hallo, Herr Jochen Schweizer? Jochen Schweizer, genau. Das ist der Jochen Schweizer. Komm jetzt mit. Jochen! 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 Wir gehen in den Juge. Machen vier Türchen auf. Und verpieseln wir uns dann, okay? Und los! Was denn? Hat mich das verarscht? Du bist so dumm! Digga, ich hätte den ganzen Laden leer raum können! Ich weiß. Du. Du dummer... Der kommt richtig schnell hinter uns her. Und... Ja! Ja, einen auf jeden Fall. Hä, ich werfe mit Schneewellen, Lul. Der ist weg, der... Bieg ab, bieg ab, Junge, bieg ab! Irgendwohin, aber nicht auf der Autobahn bleiben! Ach ne, da ist der. Wir haben zwei Platten, so können sie nicht fahren. Oder ist das ein schlechter Pediler? Ja! Aber schlägt der aus? Ist der dumm? Ja, der ist dumm. Der wollte schießen. So ein knalliges Rumpf. Was ich vielleicht gar nicht mag. Ja, ich will doch nur gucken. Ja, alles gut. Aber Massi ist... Mein Auto! Der schwank! Olaf, was soll die Kacke? Ach, chill. Ja, tschau tschau. Was soll die Kacke? Massi ist disconnected. User disconnected from your channel. Ah, ich muss schlafen. Okay. Jetzt ist mein Auto weg. Schau mal. Das steht im Abschlepper. Oh, no, 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 no. Ah, scheiße. Die hat wohl Geld von deinen Räubenopfern. Lecker, ja. Hallo? Hallo? Hallo, Carsten. Was ist denn mit Carsten los? Was'n Großer? Willst du von mir? Das schlacht ich nicht. Lecker, ja. Du Vogel. Lecker. Du Vogel. Lecker. Du Vogel. Ehrlich. Ich hab mich noch einmal gewusst. Was willst du, Junge? Red mal nicht so frech. Lecker. Lecker. Mal das Maul, ey. Lecker. Lecker. Du Vogel. 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 Was sagt ihr, du Idiot? Bitte helfen sie mir. Ich bin in Gefahr. Bitte helfen sie mir. Alarm. Was wollt ihr? Alarm. Was wollt ihr? Wir kennen uns irgendwoher. Mir doch scheißegal. Einmal aussteigen. Warum? Einmal aussteigen. Warum? Einmal aussteigen. Warum? Weil ich sage. Keine différence. Is this allgemeine? In augeine Fahrzeugkontrolle? Allgemeine Verkehrskontrolle. Einmal rechts ran. Einmal rechts ranfahren. Einmal rechts ranfahren oder wir통 im Feuer ist die Reifen. Rechts ranfahren. Nichts ranfahren. Rechts ranfahren. Rechts ranfahren. Da sitzt mich aufs Klo und was krieg ich mit? Er nutzt seine Rammkraft komplett aus. Einmal richtig. Ja, sie auslasten, aber ich brauche lieber ranfahren. Sie schießen, mit Waffen und so. Wir werden scharf schießen. Einmal richtig. Einmal richtig. Blablabla. Ey, haben die nicht mal rein gekommen? Ich finde das krass, wie immer direkt Waffengewalt angewendet wird. Er tut. Echt nicht. Komm rein. Also, manche Leute bei euch in PD sind echt kritisch, ne? Ja, ja. Ey, Digga, wir haben eben Ladenraub gemacht. Dann kommen so zwei Rekruten an. Die stellen sich links vom Laden an eine Tanke hinter so eine Mauer, damit wir die nicht sehen. Steigen aus und schießen einfach meinem Kollegen in den Kopf. Sag, der kommt in den Händen hoch. Ja, 357, 357. Das sind PD, das Handy. Ey, die schießen. Oder sehe ich das falsch? Punkt Deck. Ja, Rekruten, ne? Ja, glaub ich schon. Also, sah zumindest so aus. Okay, dann lass den nächsten Raub machen. Mappform. Wird das jetzt machen? Ja. Dann fahren wir auf die Mapprute. Das Video wird so nicht online gehen. 90% des Videos kann ich nicht online stellen, weil du deine scheiß Musik anmachst. Ich kann nicht ausparken, du bist so fett, Alter, verpiss dich. Der ist nur von, äh, Dings, ähm, runtergeframt. Hat sich, äh, ein Gefil am Schnaß. Das sind halt die Borolas, die Borolas. Das passiert mal, beim Borolas. Oh, hallo, der Herr, wie fühlen Sie sich? Ja, relativ gut, ich hab zu lange. Tag, der Herr, alles gut bei Ihnen. Schönen Tag noch. Ich suche gut aus. Dankeschön. Der junge Mann ist gerade am Kommen. Hä? Oh, ey, 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 schon. Den, ich bin heute der Praktikant. Ah. 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 Die werden wir so ein... Vielen Dank, dass Sie meinen Peens gereinigt haben. Ja, bitte sehr. Vielen Dank. Das nächste Mal reiben Sie ihn nicht so hoch. Lach ich. Alter. Ich kenn diesen Mann nicht, ja? Ey, Mr. Tread Gaming! Mr. Tread Gaming. Mr. Tread Gaming. Timming, fahr mal viel weiter. Elfer daheim. Ey, sag mal... Was soll denn wie ich scheiße? Eigentlich wollte ich den wegschieben, aber hat nicht geklappt. Du musst meinen Nissan, du musst meinen Nissan. Da, da, da. Fahr mich zum Nissan! Fahr weiter! Und, äh, Medic, du musst zur Garage? Ja, dann fahren wir mal zur Garage. Bitteschön. Tschö, tschö. Hey, ich hab mir zwei fette geile Brezeln in meinen Ofen gesteckt. Glückwunsch. Ich bin interessiert. Juhu! Ich muss die Brezeln aus meinem Ofen nehmen. Chicken Nuggets verbrennen, ne? Ja. Meine Chicken Nuggets verbrennen!